Leute, noch eine Kleinigkeit, bevor das Video hier losgeht. Und zwar habt ihr sicherlich alle von den Naturkatastrophen in Libyen und Marokko mitbekommen. Es hat die Ärmsten der Ärmsten getroffen. Viele Menschen haben hier zu Hause verloren. Ich habe euch in die Videobeschreibung einen Link zu einer Hilfsorganisation gepackt. Checkt den Link einfach mal ab. Spendet, wenn ihr was spenden könnt. Auch wenn es nur so ein Döner-Teller ist, auch wenn es so 10 Euro ist. Wenn da sehr, sehr viele Leute dieses Video gucken und jeder ist ein Zehner spendet, da kommt schon eine Menge zusammen, Leute. Vielen Dank an der Stelle und jetzt gute Unterhaltung mit dem Video. Ich heiße euch herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf diesem YouTube-Kanal. Schöne Grüße aus dem schönen Libanon. Um genau zu sein, bin ich hier gerade in der Hauptstadt von Libanon, Beirut. Ganz entspannt mit, ich sag mal, drei bis maximal vier Stunden Schlaf. Ich bin jetzt gerade aufgestanden, beziehungsweise vor zwei Stunden aufgestanden. Und jetzt schaue ich mir Beirut an. Das sind meine ersten Eindrücke hier von Beirut, Leute. Das sind meine ersten Schritte in der Hauptstadt vom Libanon. Ich wünsche euch viel Spaß mit diesem Video. Was ich jetzt suche, ist gerade so einer, der mir ein bisschen Euros wechselt. Schauen wir mal, ob wir da jemanden finden. Also laut Wikipedia haben die hier sechs Millionen Einwohner, aber laut anderen Quellen, laut anderen Webseiten sind es acht Millionen. Ich weiß es nicht genau. Können ja gerne die Libanesen schreiben, wie viele Einwohner denn aktuell jetzt im Libanon sind. Sechs oder acht, auf jeden Fall, was sehr, sehr interessant ist, ist, dass die doppelte Anzahl der Einwohnerzahl einfach im Ausland lebt. Das fand ich so heftig, Leute. Ihr müsst euch vorstellen, wie als ob Deutschland, was 80 Millionen Einwohner hat, einfach 160 Millionen Deutsche sozusagen im Ausland lebt. Also, wir werden hier sein, wenn meine Damen und Herren, was 30 Millionen? Grüß die Sie haben die 1,5 Millionen Euro. Sind die 1,15 Millionen Euro? Ok zu? Gut. Die 1,15 Millionen Euro. Der 3.15 Millionen Euro war sicher. Nur für die Rö段 ist das? Neem ist das? 100 Millionen Euro. 100 Millionen Euro? Ja. Wer ist das? Ich kriege dann direkt so einen Batzen hier. Das ist hart. Das ist schon 50 Euro. Ihr seid einfach Millionär mit 50 Euro. Was sind die den Gräumen? Die Gräumen von der Gräumen. Steht die Gräumen? Ja. Was ist die Gräumen? Ich bin bin Französisch. Was ist die Gräumen von Gräumen? Ich liebe die Gräumen. Ich möchte die Gräumen für den Café. Nein, das ist die Gräumen. Kräumen? Nein, danke. Das ist die Gräumen von Zazaren. Die Gräumen von Zazaren? Was ist dein Name? Willkommen? Das ist Ihr Name. Das ist Ali. Ali? Ich bin Yusuf. Ich bin Yusuf. Ich bin Yusuf. Ich bin von dem Grieb. Ich bin von dem Grieb. Ich bin der erste Mal in Liban. Wie ist der Grieb der Grieb? Das ist schön. Danke. 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 Bitte. Danke. 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 Das ist 50. 50. Ihr habt viel Geld. Nein, ich habe viel Geld. Ich habe viel Geld. Das ist 40 Dollar. Das ist 50 Dollar. Hier ist es 50 Dollar. Ich habe viel Geld. Danke. Danke, danke. So, Freunde, wir probieren Espresso in Beirut, Libanon. Wow. Der ist gut. Und da ist mehr wie in Italien drin. Da ist mehr wie in Italien drin. Wahnsinn. Also, die Gäuern da ist ja, die machen wir schon gut. Hallo? Wollah, schön. Ja, wollah. Ja, wollah. Ahla, alle 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 Mughrafen. Ah, ja. Ahla, alle 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 Mughrafen. Ah, das sind die Schöne hier in Deutschland. Hallo, hallo, alle 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 Germany. Ja, Germany, ja, ja. Wir haben viele Lübnans in Deutschland. Ja, wollah. Säljensein, siein. Ja, wollah. Ahla und sohle mit Ihnen. Ja, Sie sind die Schöne. Wollah, wir kommen zu Lübnan. Hab ich mich in Lübnan. Espresso von Italien, Italien, Italien. Danke. Okay, danke. Bye, bye. Ihr merkt, gastfreundlich sind sie hier auch. Und der Espresso schmeckt sensationell. Circa 12 Millionen Libanesen Syrier leben in Brasilien. Davon sind 8 Millionen Libanesen einfach. Noch eine Sache, Leute. Und zwar sind hier ja so 6 oder 8 Millionen Einwohner. Davon sind ein Viertel einfach Syrier, Flüchtlinge. Wirklich, ein Viertel der Bevölkerung sind hier Flüchtlinge. Kein Scherz jetzt. Unglaublich. Das heißt, jeder Vierte, den ich hier wahrscheinlich antreffen werde, ist ein Syrer, ist gar kein Libanese. Vielen Dank. Grüß dich mal 18 Millionen. Grüß dich also auf einen Flüchtling an. Nicht nur die Ruhe, die Hand. Nicht nur die Ruhe oder die Ruhe. Zwei herzell die Ruhe. Ja, das Wasser zu bleiben. Nein, 30? Das war's ... Vielen Dank . Hallo bei dir. Grüß dich da. Grüß dich so richtig ... Hallo bei dir. Wir sind aber auch hier. Ich möchte aber auch noch etwas anderes. Das heißt, Pizza in Syrien und in Lübnanien. Danke. Einige von euch haben mir gesagt, ey Yusuf, das ist nicht gut im Ausland zu sagen, dass du in Deutschland lebst, weil dann machen sie teuer, also weil die dann alles teurer machen. Freunde, es geht mir doch gar nicht um den Preis hier so unbedingt, ich muss doch nicht die Sachen hier kaufen, mir geht es darum, immer die Reaktion der Menschen einzufangen. Versteht ihr? Was denken die über Deutschland oder über beispielsweise jetzt hier Migranten, die in Europa leben? Allgemein, das ist doch viel interessanter zu sehen, was die Leute denken. Wenn du ihnen ja auch so eigentlich auch die Wahrheit sagst, da ist gar nichts irgendwie. Versteht ihr, wie ich meine? Was das hier? Was das hier in Libanien oder? Das ist nicht hier, das ist Hände. Das ist Hände? Wir kommen hier in die Mitte, schauen wir uns. Ja, das ist wirklich. Ja, ich bin hier. Das ist alles aus Hände. Das ist alles aus Hände. Das ist Hände. Das ist Hände. Ja, das ist Hände. Und mit dem Hand? Ja, mit dem Hand. Ja, das Hand. Ich arbeite. Ich arbeite mit dem Hand. Alles hand. Die Hand. Die Hand ist 3,5 Meter. 3,5 Meter. Das ist für die Dämonen. 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 4706 Dämonen. Hast du gesehen? Ich war in Tunes. Ich habe einen Menschen, der Böse zu kaufen. Und er hat mich mit dem Dämonen. Wie der Dämonen sagt, 50,000 Eiro. Ist das einfach? Es ist ein kleiner Dämonen. Es ist ein kleiner Dämon. Wie ist das 50,000? Das kann man nicht. Es kann man nicht. Die Dämonen sind in der Dämonen. Die Dämonen sind in der Dämonen. Wir haben die Dämonen mit ihnen. Das ist ein kleiner Dämon. Die Dämonen wird geschlossen. Es wird geschlossen. Sie haben immer eine Dämonen. Ihr habt gesehen, Freunde. Der Dämonen ist wieder ausgefallen. Das ist gestern fünf Jahre. Das ist die Dämonen. Das ist die Dämonen. Es wird immer wieder aufgefallen. Es wird eine Dämonen. Die Dämonen geht es um die Dämonen. Und dann wird die Dämonen. Wenn die Dämonen geht, dann wird die Dämonen. Das ist ein kleiner Dämonen. Wenn ihr hierher kommt, seid ihr sicher, dass die Dämonen ausfällt? Das ist wie viel Dollar? Das sieht so aus, oder? In Tunesien. Das ist ein Irans. Das ist von Irans. Das ist 37,000 Euro. Wir machen es um 50 Prozent. 50 Prozent ist das 0,5 Prozent. Das ist ungefähr 17,000 Euro. 17,000 Euro. Das ist ein kleiner Dämonen. Das kostet 17,000 Euro. Das kostet 17,000 Euro. Das kostet 17,000 Euro. Das kostet nicht Euro. Euro ist ein kleiner Euro. Das ist schön. Newsul und 13,000 Euro. Shukran ala Kurschi. Was ist das? Shukran ala Kurschi. Shukran ala Kurschi. OK, Leute. Ihr habt es schon gesehen. Ein Tebisch in Libanon. Und dem habe ich das mehr abgekauft, wie dem Tunesiнозirino. Ich habe gesehen. Ich bekomme ihn für 10,000. Schon ein riesiger Unterschied, einer rundenrechten 100. oder 50.000 Euro. Das sind riesige Unterschiede. Salamu alaikum. Das ist ein Schuss, oder? Das ist ein Schuss. Das ist ein Schuss. Das ist ein Schuss. Das ist ein Schuss. Ein Schuss? Absatz. Das ist ein Schuss. Ist das ein Schuss? Das ist ein Schuss. Das ist sehr stark. 철 sah hier. Das ist ein Schuss. Er ist ein Schuss. Er ist eine Schuss. Die Schuss aus dem Wasser ist. Nein, hier in der Flüge. Die Flüge? Das ist gut. Das ist ein Schuss. Das ist es. Wo haben wir ihn? Hier, hier, in der Wasser. In der Wasser? Ja, 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 ja. Okay, wo ist das? Und das ist das hier? Das ist das hier. Okay, das ist ein sehr guter. Ja, ja. Wie soll ich ihnen das essen? Was ist das? Das ist das Khabz. Das ist das Khabz? Ja, das ist das Khabz. Ja, okay. Das ist das Khabz. Ah, guck mal, da ist eine Schildkröte, Leute. Guck mal. Habt ihr gesehen? Das ist einfach eine Schildkröte. Oh, guck mal, der macht rein und kommt raus. Noch einer. Ich nähe. Maschallah. Das ist rar, denn er hat ihn nicht mehr. Das ist rar. Das ist rar. Guck mal, wie viel Fisch. Das ist rar. Das ist rar. Das ist rar. Ja, genau. Das ist rar. Du bist rar, immer noch ein paar Tage? Nein, das ist rar. Das ist rar. Das ist rar. Ich habe keine Arbeit. Du bist in Beirut? Ja, da bin ich. Ja, da bin ich. Das ist rar. Ja, okay. Und... Und ich bin in Irak. Und ich bin in Tunis. Das ist rar. Das ist die ganze Zeit. Ich bin aus dem Grieb. Ja, das ist Grieb. Ja, das ist Grieb. Und ich bin in allemal. Ja, aber ich fange aus. Ja, gut. Kannst du Deutsch reden? Ja? Nein? Aber man hier hat es aufs aus. Nein. 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 Oh, dass das war. Bruder, er schmeißt rein und kommt mit Fisch raus. Krass. Er hat schon drei Dinge. Ich war da gerade zwei Minuten. Oh, dass da er hat. Das wararm. Ja, das war cool. Dass er Schööter? die sind hier am fisch fangen die sind nur klein aber sehr sehr viel kleiner die Böden, die Böden. Die Böden, die Böden, die Böden. Die Böden Böden. 100.000 Euro oder 1 Dollar. 1 Dollar oder 1 Dollar? 1 Dollar oder 1 Dollar. Er ist gut? Ja, genau. Das ist gut. Das ist gut, gut. Das ist gut. Was du lieb? Das ist traditionell von der Leibnase. Das ist gut. Ja, gut. Ich habe die Böden hier in der Leibnase. Ich habe die Böden. Ich habe die Böden, die Böden, die Böden und Böden mit dem Drucken und günstigen. Und wir arbeiten die Böden. Ich bin in Deutschland, aber ich bin auch in Deutschland. Ja, genau. Genau. Was ist das? Was ist das? Was ist das hier? Was ist das hier? Wie ist das? 100.000 Euro. 100.000 Euro? 1 Dollar. 1 Dollar. 1 Dollar. 1 Dollar. Es ist die Böden. Sousi Jaloui. Sehr schön. Sehr schön? Ja. Nummer 1. Es ist sehr bekannt. Ja? Es hat seit mehr als 40 Jahren geöffnet. Aber ich bin sicher als Sousi. Ja. Ich bin sicher als Sousi. Ja. Sousi. Du wirst es niemals regretten. Ja. Wir haben hier sowas wie Tennis, Squat oder ich weiß es nicht. Ja, das ist schon eine geile Anlage hier, muss man schon sagen. Brutal. Ich bin die Tennis, alles Mögliche. Und dann haben wir hier auch Tennis Zubehör. Alles Mögliche hier. Ihr seht Bad. Seht ihr? Brutal. Ja? Was ist das denn? Das sind diese dicken. Krass. Aber die sind leicht. Stark. Was kosten die? Da steht kein Preis dran. Guck mal Leute. Bolt funktioniert hier einwandfrei. Da könnt ihr hier das für 3 Euro. Ich bin jetzt gerade hier oben und gehe da hin für 3 Euro circa. Ungefähr. Ja. 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 Geht es heute mit mir. Wie geht es dir? Ja. Ich bin zufriedig. Ja. Ja. Dein Schaal. So, Freunde, ich warte jetzt hier auf meinen Fahrer, der ist in vier Minuten da und dann geht es libanesisch frühstücken, verehrte Zuschauer, ja, das erste Mal, die haben mir gesagt, El Sousi, El Sousi, probieren wir mal El Sousi. Wie ist die Zauber? Alles gut? Alles gut, das ist ein Schuss, das alles gut geht, das ist ein Schuss, das ist ein Schuss. Und wo wir gehen? El Sousi, die Ristorante, ihr wisst, das ist ein Schuss? Das Schusses Schuss, das ist ein Schuss. ok jetzt in der ganz anderen gegend die gegend heißt weiß ich nicht wie die heißen auf jeden fall ist hier dieser wie heißt es so sie heißt ja den haben die ja empfohlen haben wir das freundlich steht da also restaurant zu sich wohl alles mögliche salam alaikum da haben wir den kohle salam alaikum der ist voll leute egal gucken wir erst mal wieder kopf Es gibt eine gute Idee. Sie bekommen es. Es ist alles gut. Ich bin ein bisschen. Wie ist die Dinge? Alles gut? Ich bin ein wirkliches Kuchen. Nein, das ist ein Kuchen. Das ist ein Kuchen. Nein, das ist ein Kuchen. Es ist ein bisschen zu spüren. Es ist ein bisschen zu spüren. Es ist eine Sussi. Das ist die Sussi? Das ist eine Sussi. Das ist in Tunes. Das ist eine Sussi? In Tunes? Nein. Das ist ein bisschen von Tunes. Wie soll ich das tun? Das ist ein bisschen traditionell von Tunes. Vielen Dank. Wir haben die Zuschauer in Beirut und die Klammer. Vielen Dank. Das ist schön. Sie sind in Beirut und haben sie in Beirut. Sie sind 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 in Beirut. Sie brauchen Grüße. Sie sehen. Sie haben es geschafft. Ihr meint ihr an? dog? Umer. Sie sind im Beirut. Du bist aus Beirut? Das ist nicht in Beirut. Das sind über Beirut. Tief? Wir haben Schwein. Er hat gesagt, viele aus Beirut sind ursprünglich aus Marokko. Ich bin aus Maghreb. Ja, ich bin aus Maghreb. Ich wollte sie nicht sagen, weil sie die Leute auf die Sosie sagen wollen. Ich wollte sie auf die Sosie machen. Ich bin der Sosie. Ich bin der Sosie. Ich bin der Sosie. Ich bin der Sosie. Danke, Herr Schöner. Danke. Die Sosie, die Sie essen? Die Sosie? Die Sosie? Die Sosie. Die Sosie. Die Sosie. Das ist die Sosie. Wir essen eine Sosie. Das ist die Sosie. Das ist die Sosie? Das ist die Sosie. Sehr sauer. Ich weiß nicht genau, was das ist. Warte mal. Ich bin am überlegen, Leute, was das ist. Das habe ich aber schon mal gegessen. Der macht jetzt Fett, Leute. Der macht Fett. Das ist die Sosie. Damn, das ist auf die Koren. Das ist 50 Prozent. Ja, ich war's schüttel. Das ist Loft da, oder? Das ist das dummaitische. Ich habe es in derown Nej Hebin. Ja, sind Sie ein Tradition. Die Feder zu pr commener dir? Ja, das ist das eine Bisse. Der ist Neil轉 Stadt der Dice. Okay, iche speech ein Produkt. Da está in die Techn quite sühe. Yeah. Hey sag ich, Fac Rule. Hier ist das Koff. Das ist Koffer, das ist Koffer. Lappen und運elt. Das ist Koffer, das ist schnell. Mvergült für den Koffer und Fluss. Wenn ihr die Koffer gehen wollt, würde ich es machen. Das ist kein Problem, dass wir das Koffer umgehen können. Hier ist der Film. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Schau dir das mal an. Like this? Ja, wie in Maghrib? Ja, in Maghrib. Ja, das ist das. Wenn du nicht rausst, dann kannst du malen. Okay. Ja, was du nicht? Wir holen eine andere. Wir holen sie. Ich werde es dir mit den Handeln fangen. Ich werde es dir mit den Handeln machen. Ich werde es dir mit den Schmacken nehmen. Ich werde es mit den Schmacken nehmen. Ist es so wie bei der Brüder? Nein. Es ist sehr gut, aber es schmeckt auch mit dem Kümel, Das ist gut. Wälder ist sehr schön. Das ist schön. Das ist ganz schön. Die Fischung ist ein Beleis. Ich will das für euch das Fischung. Diese Fischung ist ein Beleis. Es ist ein Blit mit einem Fuch. Beleidung. Was ist es? Was ist der Name? Was ist das? Es ist die Zwiebel. Der Zwiebel. Die Zwiebel ist schon einiges, aber kein Zwiebel. Eine Zwiebel ist das Morte. Und das ist das Morte. Jetzt schauen wir sie später vor. Das ist schön. Wir machen es jetzt besser. Die Zwiebel sind besser als Morte. Die Zwiebel sind besser als Morte. Die Zwiebel sind besser als Morte. Also, die Zwiebel sind besser. Das hat eine gewisse Säure noch drin. Und das hier ist entspannt. Das ist so eher der entspannte. Und das hier ist richtig. Da ist noch mehr Power drin. Gehen, gehen. Okay, okay, okay. Das ist gut. Du willst nicht machen? Nein, nein. Das ist sehr auf dem Schrauben. Das ist so gut. Das ist so gut. Das ist sehr gut. Ich werde es auf den Schrauben. Wenn du es nicht mehr so essen, lasst das sie nicht. Wenn du es nicht mehr so essen, dann lasst sie auf den Schrauben. Nein, nein, nein. Ich bin froh. Das ist ein Schrauben. Das ist der Karte. Das schmeckt nicht schlecht. Das hat eine gute Texture. Das ist das Bequere oder das Kharouf? Das Kharouf. Das Kharouf ist alles Kharouf. Das Kharouf ist alles Kharouf. Das ist eine Kharouf. Das ist eine Kharouf. Das ist eine Kharouf. Zup. Lieber Leute, Lieber, Lieber. Mit einem Rimmann. Das ist die Eins, Freunde. Nummer 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 Nummer. Das ist wirklich schön. Das ist die Assebe, hier ist Rimmann. Rimmann? Das ist ein Rimmann. Granat Apfel Granat Apfel Granat Apfel Zirub Mega Es wird Zeit das erste Video hier zu beenden. Ich hoffe das ganze hat euch gefallen. Ich wünsche euch einen angenehmen Tag. Passt auf euch auf. Bis zum nächsten Mal.